Wie ist das Angebot? Also es ist ja so, Sie hatten ja gesagt um 10. Jadwiga, das ist mir schon vertraut, aber das ist auch meine einzige Begegnung mit Schlesien. Dann kommen Sie auch mal in den Grafschauplatz. Das ist ein beliebter Erholungsort, ein Gebiet jetzt auch für die Probe. Jetzt kommen wir schon los mit dem Fußball, ne? Das ist ein beliebter Erholungsort. Das ist vielleicht von Polen kein Reffen so direkt, sondern nur von dem DGV ein Anstalt. Die Türme sind fertig, aber das Glockenhaus, was dazwischen ist, das hat man zwischen die Türmen. Die Türme sind fertig, aber das ist ein Schiff. Die Türme sind fertig, aber das ist ein Schiff. 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 von acht in den städtischen protestantischen Kirchengemeinden, einer römisch-katholischen Dekanatsgemeinde und einer reformierten Gemeinde. Und da ist ein kleines Zentrum. Und da braucht es neue Aufgaben und eine... Das ist relativ schnell beschrieben. Also hier vorne, wo dieser Altar, zu dem ich gleich was sage, steht, war im Mittelalter ein Kreuz mit einer Kreuzregelung. Die er selber aus Byzanz mitgebracht hat. Und zwischen dem Kreuzaltar und dem Grabmal, damals seiner Frau, wird dieser siebenarmige Leuchter abgestimmt. Als Symbol eines toten Leuchters. Herr Braunschweig ist so arm, dass sie das nicht aus Marmor machen konnten, sondern nur aus Holz. Und der Wurm hat dem Barock etwas zugesetzt, sodass wir heute das Glück haben, eine romanische Basilika wieder zu haben, ohne große barocke Einbau. Der Dom ist erst 1568 dann protestantisch geworden. 1568, ja, das ist ein besonderes Kapitel. Er war vorher auch schon mal protestantisch. Dann hat aber der katholisch gebliebene Landesherr, Nein, das war Heinrich der Jüngere, der berühmte Widerhans Wurst, gegen den Luther seine Schrift geschickt. Das war Heinrich der Jüngere von Braunschweig, der hat gesagt, Dom ist Herzog, Stadt kann evangelisch sein, Dom bleibt römisch. Und dann hat er wieder Priester geschickt und dann haben die Braunschweiger die bösen Buben informiert und die sind dann mit Steinen auf die losgegangen und haben die aus dem Dom vertrieben. Und dann war der Dom 20 Jahre geschlossen und es passierte gar nichts. Und dann ist er 1568 protestantisch geworden. Und seit 1922 ist er Bischofssitz des evangelischen Landesbischofs. In dieser Stadt ist eben, das ist zwar das Stadtzentrum, wo wir uns hier befinden, aber alle Institutionen an diesem Burplatz sind Landeseinrichtungen. Die Stadt hat hier gar nichts. Die beiden Museen sind niedersächsische Landeseinrichtungen. Der Löwe gehört dem Land Niedersachsen. Der Dom gehört nicht einer Stadtgemeinde, sondern der Landeskirche. Und der Stadt gehört nur das Kopfsteinpflaster. Nicht das Unwürfe. Interessante an diesen beiden Figuren eben ist, sie sind immer liegende gewesen, aber gearbeitet wie stehende. Was man ja am Faltenwurf der Kleider sehen kann. Die Falten sind so, als ob, und auch die Konsole, auf der die Füße stehen, das ist ja so, als ob die mal senkrecht gestanden hätten. Das ist aber nie der Fall gewesen. Sie sind von Anfang an als liegende Figuren gedacht gewesen und als stehende gearbeitet. Man kommt ja auch aus Stehung. Also wenn Sie Heinrich den Löwen fragen würden, der hätte gesagt, ich habe nicht gedacht, dass das 800 Jahre und länger auf sich warten muss. Also das wissen Sie besser als ich. Die Menschen im Mittelalter hatten doch so etwas wie eine Naherwartung. Sie nicht natürlich, denn hier war eine Barockkanzung in der Mitte. Und jetzt ist diese Situation eben so, wie sie jetzt ist. Und das ist eben der Marienaltar, der ursprünglich oben zum Hohen Torstand hier runtergerückt ist. Der stammt aus dem Jahre 1188. Das ist also sozusagen der entscheidende Weihealtar für die Weihensohn-Kurs. Und der ist der Junge von Marien. Eine Verschlussplatte mit einer Weiheinschrift, das im September 1188. Bischofs Adelow von Hildesheim in Anwesenheit von Heinrich und Hans-Hildes ist ein Tag geleistet. Und wir besitzen immer noch einen Reliquienschatz, der heute dort drin aufbewahrt wird. Der aus dem Hinterkopf des großen Immerwartenkreuzes stammt. Das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Bist du mal an? Gut so. Gut so. Bei dem wir besitzen, dieses Kreuz ist auch älter als der Drogen. Es stammt von 1150 und ist ein Prozessionskreuz. Es hat ein sehr schweres Schicksal hinter sich, weil die Menschen noch vor 100 Jahren mit dieser Christusdarstellung sich richtig anfreunden konnten. Das Gefühl für diese romanische Kunst war völlig verloren. Die Gotik hat unser Verständnis von Christus am Kreuz eben noch sehr gefällt. Und das ist hier derjenige, der die Himmelsherrschaft antritt. Er trägt ja dieses königliche Gewand. Sie sehen an dem von hier aus linken Ärmel ja noch Goldreste und diese kleinen Fünkchen waren Sterne. Wir sind ja hier landschaftlich eigentlich Ostfaden, also vielleicht eine Ostfälder schon. Wenn nicht gar die schönste. Und die überreichen wir gerne, weil sie bei unseren Gästen und Besuchern, in Sonderheit geistlichen Damen und Herren, eine ausgesprochen hohe, freudige und dankbare Reaktion auslöst. Und da sind wir sehr gespannt, wie das bei Ihnen ist, wenn wir Sie Ihnen überreichen. Zur Erinnerung an den Besuch in Braunschweig, einer der beiden Gefühlen, das ist sehr schön, dass Sie uns hier auch besucht haben. Vielen Dank. Ja, also der Immerwart ist so, wie soll ich sagen, ist ein Stück Symbol unserer Kürtel. Auch das ist aber lieb. Das sind so die ersten Andenken der neuen Parts. Die Aspekte haben aber doch wahrscheinlich... Wir haben eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen lassen von dem gesamten Bestand des Schadenszustand. Auch die Frage der Echtheit der Farben. Und dabei ist herausgekommen, dass in diesem Bereich des Querschiffes hier, dort vor allen Dingen, wo es die vielen Blautöne sind, es noch die originalen Farben von 1229 wird, und zwar in einem Anteil von 50 bis zu 40 Prozent. Und das macht ein Restaurierungsprojekt erheblich teurer. Also aus finanziellen Gründen, der ist neben dem Liefer gewesen, die hätten festgestellt, es ist alles im 19. Jahrhundert restauriert worden. Also das sieht man ja hier drüben, da wo diese Vorhänge nachgemalt sind, hat man keine Vorlage von Malereien mehr gefunden. Das ist 1840 restauriert worden. Da hat es Wasserschäden gegeben, natürlich Mineral, Salz ist in einem Stein, das sehen Sie ja hier drüben auch. Das ist unser größtes Problem, was wir noch haben. Wir sind jetzt darauf aus, Dinge haben wir. Das ist unser größtes Problem, was wir noch haben. Das ist unser größtes Problem, was wir noch haben. Das ist gar nicht der Georg. Wir sagen mal heute, dass es der Georg ist, weil es uns leichter fällt, diese Bilder dann zu verteidigen. Eigentlich müssten die raus. Die stammen von 1931. Gar nichts. Das ist der Kampf von Hell gegen Dunkel. Also es ist viel platter. Das wäre noch im Original hier. Das ist ein, aber 1931, das ist gar nichts, sage ich mal. Oder wenn es wie es ausgeladen hat. Nein, die war zugemauert. Das war das, nein. Das Einzige, was an diesen Malereien, sagen wir mal, wichtig ist, dass Sie nochmal einen Eindruck vermitteln, wie Lichtführung in der Romanischen Kirche war. Das war eben keine helle Kirche wie heute. Sie haben gesagt, da müssen wir auch nochmal hin. Wir stellen morgens die Stände raus und verkaufen Tickets fürs Abend. Zu Gottesdiensten, Andachten und... Und auch Touristen? Auch. Und auch seitdem die Kanone weg ist. Das ist ein gemeinsamer Ort hier im Ort. Wo ist der Radova? Ein schönen Tag. Okay. Okay. So, wir wollten eigentlich... Das ist ein gemeinsamer Ort, der Radova, der Radova. Der Radova, der Radova, der Radova, der Radova. Das ist ein Foto, der Radova. Der Radova, der Radova, der Radova, der Radova. Aber es sind nur noch 2. Und vielleicht ist es gut, dass ich auch schon so vorgelegt habe. Kannst du mich auch sagen? Ja. Und in den Südenhausen, in den Oberkarten. Ja, ja, ja. Das ist schon das Schönste. Das ist schon das Schönste. Und das, was wir hier brauchen. Und, vielen Dank. Wir haben uns ja mal in Berlin, nicht? Wir brauchen etwas Angst. Wir brauchen euch hier nicht. Das ist ein thunderzeug. Das ist ein der Unterbrechung. Das ist der Unterbrechung von der Kanzler. Da wir sind der Unterbrechung. Das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Aber in der Unterbrechung von der Kanzler? Ja, das ist ja gut. Aber in der Wbrew Herzbläckung, der wir viele schauen, dass der Kanzler nicht so weit ist, Also er ist die Strecke zum ersten Mal gefahren und sagte, mir schien, dass es ja noch länger dauern wird, aber wir haben es gut geschafft und das Braunschweig liegt nicht so weit vom Platz. Wo haben wir unser, das muss man ansehen, so viele Gäste, wo ist das, wo wollen wir das? Ja, einfach Worte machen wir hinterher, da werde ich Sie nochmal begrüßen und dann sagen wir noch was. So, danke schön. Ja, Exzellenz, ich begrüße Sie sehr herzlich als Apostolischen Nunzius in Berlin, in diesem Fall bei uns hier in Braunschweig, zu diesem für unsere Stadt sehr erfreulichen und ehrenvollen Besuch. Wir verdanken dem Besuch, allerdings wohl auch im Wesentlichen der Tatsache, dass Sie wahrscheinlich noch was sagen, dass Sie in der Region geboren sind, aus der hier der Verein kommt, der hier ein großes Fest feiert. Und indem Sie sozusagen noch die Treue halten nach all den Jahrzehnten und dieser Einladung nachgekommen sind. Und wir waren natürlich auch freut, als uns dieses mitgeteilt wurde, dass wir dann auch noch Zeit hatten, hier zu einem Abstech ins Rathaus und sich in unser volles Buch einzutragen. Und ich nutze natürlich die Gelegenheit, bei zu hohem Besuch etwas über unsere Stadt zu sagen. Der Einstieg wird praktisch schon gegeben durch einen kurzen Wortwechsel zur Begrüßung, denn wir haben Sie in der Tat schon mal kennengelernt. Sie haben uns die Ehre gegeben, damals Herrn Rolf und er, als wir eingeladen hatten, zur Präsentation Kulturhauptstadt Braunschweig und Region in der Landesvertretung in Berlin. Da waren Sie dabei und haben unsere, wie daher ja auch gut gelobte Show sozusagen, unsere Darstellung, wesentlich auch uns des Stadtstheaters und anderer miterlebt, die wir dort in Berlin dargestellt haben. Man war darüber gesprochen, wir sind da nicht in die allerletzte Runde der letzten zwei gekommen. Und es ist ein Essen geworden, auch Görlitz nicht, was jetzt hier vielleicht sogar ein guter Punkt zum Eindrücken gewesen wäre, unseren Gast und Kollegen aus Polen, weil das ja nun eine besondere Geschichte werden sollte, zwischen Polen und Deutschland mit der Görlitz-Wählung. Ich muss es zu meiner Stelle sagen, ich kriege den Namen der anderen Städte auf der anderen Seite gar nicht genau hin. Wie ist der Görlitz? Wie ist der Görlitz, polnisch? Das ist nicht, also polnisch ist eine meiner großen Schwächen. Ist leider gar nicht vorhanden, richtig. Gut, aber Sie wissen Bescheid, das war also diese Chance, das ist da nichts geworden. Aber das hat uns nicht nur Ihre Aufmerksamkeit, sondern auch die Aufmerksamkeit von Medien und vielen anderen gebracht. Das hat sich für uns schon gelohnt. Wir haben einen anderen Anlauf unternommen, der uns zum Erfolg geführt hat, was uns auch sehr gefreut hat. Wir sind Stadt der Wissenschaft geworden. Ein anderer Wettbewerb vom Städte-Germand der deutschen Wissenschaft zur Förderung, teils der Wissenschaft, teils aber auch des Zusammenwirkens von Wirtschaft und Wissenschaft, ins Leben gerufen. Auch eine Auszeichnung, einmal im Jahr wird eine Stadt, Stadt der Wissenschaft, im Moment ist es Dresden und davor war es Bremen, also wie man sich denominierte, große, bedeutende deutsche Städte und wir sind nun doch stolz, in dem Wettbewerb uns gegen auch sehr nahmhafte Konkurrenz wieder durchgesetzt zu haben. War fast so ein bisschen ähnlich wie das mit der Kulturhauptstadt, mit Jury und Vorstellen und Provectrunden und Glanzbroschüren und nun haben wir es geschafft, wir werden nächstes Jahr hier allerhand an Veranstaltungen haben. Arbeitsplätze gibt uns Zukunftsperspektiven, das werden wir sicher nächstes Jahr noch mehr vermitteln. Auch ansonsten läuft es bei uns nicht schlecht, es läuft ja insgesamt auch wieder etwas besser und bei uns läuft es auch gut, bei uns, wenn Sie aus der Fenster rausgucken würden oder schon ein Tick haben, wir sind an sich geprägt, das wird ein Mann der Kirche freundlich, Kirchtürme, das sind ja die Unteradratzeichen, viele, viele Kirchtürme, selten, glaube ich, in der Stadt so viele große, hohe Kirchtürme wie in Braunschweig, aber im Moment werden die Kirchtürme noch überwacht und dominiert von Krähen. Und dann haben wir irgendwie viele Krähen, da so viele große Krähen, das sieht man bei dem Moment auch selten, das war so mal in der Wendezeit in Berlin oder auch im Osten, da haben wir immer so viele Krähen, bei uns gibt es auch sehr viele Krähen, bei uns wird viel investiert. Keine Einfachstück der Ritterregion, wir mussten uns sozusagen erstmal nach der Wiederweilung gewinnen, nachdem wir sehr lange am Abseits waren, das ist so ein Brandgebiet, der Name sagt, wir haben immer zu tun mit Volkswagen, in guten Zeiten sind wir natürlich auch im Windschatten mit nach oben und Sie wissen, wenn es doch erhebliche Probleme seit einiger Zeit schon, dann sacken wir auch alle gemeinsam wieder etwas tiefer, das ist nun so, und der Konzern hält hier unmittelbar in der Region 70.000, 80.000 Arbeitsplätze vor, auf engstem Raum und mit denen, die dazugehören, sind es wahrscheinlich 130.000, 140.000, das ist dann so eine gewaltige Geschichte, kann man nur vergleichen früher, was hier mit dem Wohngebiet und der Kohl oder Stahl, das bauen Sie jetzt im Auto und wenn wir ein Auto-Problem haben, das spüren wir unmittelbar. Also, das sind wieder schon die Sorgen. Sonst interessiert Sie vielleicht, dass wir ein gutes Verhältnis der Kirchen haben, das darf ich, glaube ich, sagen. Jedenfalls ist mir im Moment nichts Negatives bekannt, das kann man nicht sagen. Es ist immer so, dass es natürlich auch mal über Kleinigkeiten diskutiert wird, was man machen kann. Wir haben das sehr gute, traditionell gute Zusammenarbeit zu den beiden großen Kirchen, und auch zu den anderen Glaubensgemeinden haben wir auch eine sehr aktive jüdische Gemeinde, die sich hier schön entwickelt hat. Wir haben gerade neulich den Grundstein für eine neue Synagoge gelegt, das ist ja auch ein tolles Ereignis unserer Stadt. Und auch sonst arbeiten wir vielfältig zusammen. Und ja, zwei wichtige Kirchenführer auch hier mit am Tisch, die auch sehr, beide, jeder für sich in der Stadt sehr viel Aktivität, Engagement zeigen, uns helfen, im sozialen Bereich und im gesellschaftspolitischen Bereich sind die Kirchen hier sehr stark wieder, in unserer Stadt und mit der Stadt zusammen gut aufgestellt. Und so haben wir auch relativ wenig Probleme mit Migration und Fremdenfeindlichkeit. Das ist im Vergleich zu anderen Städten bei uns, wie ich finde, gut aufgehoben. Und das macht damit zusammenhängend, dass wir eben in der Art miteinander hier immer schon einen guten Dialog gepflicht haben. Ja, dies war vielleicht ein kurzes Profil, nur ein sehr kurzes, in der Autopräte vom Fußball, ich weiß nicht, ob das Fußball-Pens schon sind, wie ein großer Ereignis ist. Traum. Ja, das kommt von hier schon an, eine große Fußballregion, das kann, entweder ist es eine Hochzeit, wir feiern hier auch Hochzeiten, sehr gewaltig, mit Lärm und Musik, es kann aber auch Fußball sein, ich weiß nicht, Sie werden das nicht erstören. So ist es ein Hochzeiten, der Fußball-Pens schon da war. Jedenfalls, ja, das sei es vielleicht ein aktuelles Porträt, wir sind ein bisschen zusammen noch und können sich ja noch bilateral eines austauschen, darf mich dann vielleicht bei der Gelegenheit, wenn Sie gestatten, auch an den Gast aus Polen wenden und sagen, dass Sie mich auch freuen. Wir haben nicht unmittelbar jetzt Beziehungen mit Polen, polnischen Städten, aber wir haben zum Beispiel über unser Oberlandesgericht eine intensive Beziehung zur Justiz in Breslau, Breslau, das kenne ich Ihnen meinen Namen, bitte. Breslau ist 80 Kilometer von Ostdeutsch. Was, deshalb sage ich, ich habe es schon so hoch gesehen. Also da gibt es Kontakte, es gibt natürlich immer über Volkswagen wiederum Kontakte, Firmen, eine ganze Reihe von Firmen von hier sind auch in Polen und auch in der Region, früher in Schlesien unterwegs. Also es gibt Beziehungen, schön, dass Sie da sind, ich hoffe, Sie fühlen sich hier bei uns wohl und gehört und muss zugehaben immer überlegt, es ist Gras, aber Sie trösten sich, das geht mir immer so, ich habe, das wird auch nicht jeder kennen, wenn er ehrlich ist, ich weiß es nicht, Wörlitz, ich bin Wörlitz und da wird auch mit Görlitz und dann haben wir gesagt, meinen Sie Görlitz, ich meine aber immer Wörlitz und sowas mit Graz und Glas, dachte ich, ist es Graz, ist es Graz, ist es das? Und Gebirge, ich habe gesagt, wo kommt das Gebirge her, Heer, Heer und Gebirgswein, Braunschwein. So, dann sehen Sie, war es nützlich, dadurch, dass Sie jetzt hier sind, habe ich natürlich alles, was Sie lesen, habe mich schön informiert über Ihre Geschichte, was dort los war und ich finde es also bemerkenswert, wie Sie es geschafft haben, Ihre Heimatverbundenheit so über viele Jahrzehnte noch aufrecht zu halten, auch in einer so großen Distanz und freue mich, dass Sie so aktiv sind und auch Freude an dieser Arbeit, ganz offensichtlich, haben wir für Ihnen auch alles Gute. Ja, alle nochmal herzlich willkommen, insbesondere Sie, ich freue mich, dass Sie uns die Ehre geben und wenn Sie einfach Wort an was richten würden, dann freuen wir uns auch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank für die freundlichen Worte begrüßen. Ich habe ein paar Worte mit zurecht und wir haben mich ganz kurz zu passen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Vertreter der zivilen und krieglichen Gemeinde, zu meinem Besuchsprogramm in Städten und Gemeinden gehört neben der Eucharistiefeier oft auch die Eintragung in das Goldene Buch des jeweiligen Ortes. Die Einladung dazu ist ein Zeichen besonderer Aufmerksamkeit und Wertsetzung von Seiten der zivilen Gemeinden, dem Apostolischen Nusses gegenüber, der den Heiligen Stuhl nicht nur bei der Kirche, sondern auch bei der Regierung des Landes betrifft. Sie zeugt von dem guten, partnerschaftlichen Verhältnis, das zwischen Staat und Kirche hier in Deutschland bis zur kommunalen Ebene hin besteht. Ich weiß diese Beziehung besonders zu schätzen, zumal solche in den Ländern, wo ich früher als päpstlicher Vertreter war, Sudan, Litauen, Lettland, Estland und Tschechien, entweder nicht existierten oder nicht so selbstverständlich waren, wie wir freundlich einladen, zu eintragen in das Wort der Buch, die in der Stadt und ihre persönliche Gegenwart, danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und allen Verantwortlichen sehr aufrichtig. Bekanntlich habe ich die seltene Ehre, der erste deutsche Apostolische Nuncius in Deutschland zu sein. Inzwischen bin ich schon zwei Jahre in meiner jetzigen Funktion in Berlin. Seit meinem Stundenbeginn in Rom im Jahre 1959 habe ich 40 Jahre im Ausland gelebt. In meiner Nennung zum Apostolischen Nuncius in Berlin und meiner damit verbundenen Rückkehr in die Heimat schließt sich für mich ein Kreis, der mich nach 20-jährigen Tätigkeiten der Deutschsprache in der Teilung des Staatsinterjahres im Vatikan über einen siebenjährigen diplomatischen Dienst im Sudan, in der Region des Roten Meeres, nach weiteren vier Jahren in den drei balschischen Ländern, in zwei Jahren in Tschechien wieder in den direkten Dienst für die Kirche in Deutschland zurückgeführt hat. Bei meiner Bischofserei durch Papst Johannes Paul im April 1919 hielt ich von ihm neben der Beförderung zum Apostolischen Nuncius auch die Nennung zum Titular Erzbischof von Germania in Dominien, im heutigen Tunesien. Es ist in der Tat eine wunderbare Fügung, dass dieser deutsche Titular Erzbischof von Germania in Dominien nun auch noch der Apostolischen Nuncius in Germania gegen alle Geflogenheiten geworden ist. Trotz der Bege sind die Unterforschläge. Die Aufgabe des Apostolischen Nuncius ist keine leichte, aber eine sehr schöne Aufgabe, vor allem wenn er den Papst als den obersten Hirte der Universalkirche in Zeichen seiner eigenen Heimat vertreten hat. Trotz mancher Schwierigkeiten, die sich im Umbruch der heutigen Zeit auch für die Kirche verheißen, dürfen ganz Gläubige mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Christus hat seine Kirche verheißen, bis zum Ende der Zeit geweihten zu bleiben und er ist und bleibt der alleinige Herr. Nicht unser Tun und Können, er allein ist der unerschütterliche Wohl unserer Gelassenheit und unsere Hoffnung für die Zukunft. Aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Krieglichen und Zivilengemeinde wünsche und unterbitte ich auch ihrer Stadt und anderen Bürgern Eintracht, Wohlergehen und Fortschritt und Gerechtigkeit und Frieden. Gott beschütze und segne sich die Stadt, dieses Land und alle Bewohner. Ich darf Ihnen als ganz kleines Anlegen eine Gedenkmedaille aus dem Pontifikat des jetzigen Partners, also die ersten Münzen, die in den Umbruch kommen und er hat erst ein Jahr eine Gedenkmedaille, die in den Umbruch kommen, die in den Umbruch kommen, die in den Umbruch kommen und die in den Umbruch kommen. Das war vorne von Gildsen. Vielen Dank. Schönen Dank. Ich glaube, wir sind ganz so singulär. Nicht so gut. Ich muss aber wissen, in der Größe liegt ja auch nicht mehr. Das ist so scheinbar. Ja, aber das ist vielleicht auch ganz nett anlegen. Wir haben eine berühmte Braunschweiger Personalmanöfaktur, das ist Schürstenberg. Ja, ich bin eine Bischofsprung, ich habe einen dreiteiligen. So, das ist ja, wie so Schmittler nicht, 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 ja, sehr gut. So, toll. Herr Eminis, dürfen Sie auch Ihnen seine Eminis etwas aus der Bekanntenstadt Glatz, Ihnen Bekannte, also ich erinnere mich noch, ich habe Sie schon einmal, Herr Bürgermeister, einmal von Prag, Sie waren ja damals Apostolisch in Prag und Sie haben uns auch versucht, da war ich im Museum von Glaserland. Ich bin ein, Frau Schmittler nicht, wie so, ich habe Sie schon gesagt, wie so, ich habe Sie noch einmal, Sie machen ihr, ich kann dass von Ihnen, Sie haben, wenn Sie haben, Sie haben sich gehört. Ich bin ein Steuern getrennt, wierszuki, das war sehr, 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 sehr. Ich bin ein King, für uns für Ihre prochaine Agenheit, an Angela Merkel. dass wir uns in der Erinnerung haben, und auch, wie viele Zeit und Obowiązki ermöglichen, dass wir uns wieder willkommen willkommen von unserem schönsten Mieter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jesteśmy rzeczeni piękniem Waszego miasta. Gratulujemy wielu nowych inwestycji, które widać w mieście na każdym roku. Wierzymy, że po ukończeniu mieszkańcom będzie żyło się zdecydowanie lepiej. Życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję. 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 Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das nicht mit dem Kuchen weg. Das ist alles neu. Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen. Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen. Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen. Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen. Wir müssen nur den Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen, sonst kommt das Kuchen übernehmen. Das ist richtig wichtig im Kuchen an. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Danke. 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 Frau Dr. Hender, Frau Bürgermeisterin, ich bin ganz gerühlt, ob Ihrer Beförderung mich zum ehrenamtlichen Landrat der Grafschaft nachzuentwickeln. Sie haben mich natürlich jetzt in die Verlegenheit gebracht, dass ich mir neue Physikenkarten bunten lasse. Vorher war nur Georg Hoffmann, aber jetzt muss natürlich dazu, ehrenamtlicher Landrat der Grafschaft Glatz. Das ist natürlich auch der Frage, wo liegt denn das? Um mit den Worten Ihres Herrn Oberbürgermeisters, meines Namensvetters, zu sprechen, er hatte auch wohl immer gedacht, es sei nicht Glatz, sondern Graz. Aber dann hat er es doch begriffen, nicht wahr, dass es Glatz ist. Das Verein im Namen der Heimatgruppe Grafschaft Glatz, aber auch im Namen der Zentralstelle Grafschaft Glatz und der anderen Gremien, ganz herzlich gratulieren zu diesem besonderen Jubiläum. Ich hatte ja bereits schon die Gelegenheit, zweimal die Festansprache zu halten bei Jubiläen des Glatz-Gedrück-Vereins, einmal im Namen des Verhinderten, im Namen des Schulrat, Alois Bartsch und dann bei dem letzten Jubiläum. Deine Routine ist, und vor allen Dingen, ich bin auch Ihnen sehr, sehr dankbar, Christian Drescher hat es ja schon ein paar Mal zum Ausdruck gebracht, über die ungemein große Zahl, die heute hierher gekommen sind. Wenn ich so daran denke, werde ich erinnert an vor acht Tagen, als die Feier in Ankrum war, wo auch sehr, sehr viele Grafschafter und Schlesier anwesend waren. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir Grafschafter doch ein besonderes Völkchen sind und dass wir den Zusammenhalt pflegen. Nicht umsonst hat der alte Fritz ja gesagt, nicht wahr, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, dann sage ich nicht Schlesien, sondern dann sage ich Grafschaft Glatz. Was, warum? Alte Fritz hat gesagt, Schlesien und die Grafschafter Glatz, also sind wir doch was Besonderes. Vor allen Dingen, die Mitglieder sollten sich hier auch an den Aufgaben beteiligen, aber ich bin mir sicher, dass das sicherlich gelingt. Und ich möchte schließen, nicht mit Bertheil, sondern, ich komme ja aus Neurode, Neurode, eine Bergarbeiterstadt gewesen, da gilt der Gruß der Arbeit des Glatz-Gebirgsvereins Braunschweig. Ein herzliches Glück auf! Mein lieber Christian, Blumen waren umständlich zu tragen von Bochum hierher, aber diesen Umschlag, der war leicht zu ertragen. Deshalb überheite ich dir, Glatz-Gebirgsverein, diesen Umschlag. Vielleicht ist auch was drin. Herzlichen Dank für dein kurzes, aber präzises Grußwort, was auch, denke ich, die wichtigen Endpunkte der heutigen Veranstaltung nochmal gebracht hat. Und für den kleinen, netten Umschlag ganz herzlichen Dank für die Ansprache im Namen der Grafschafter Gremien. Wir haben jetzt vier Grußworte gehört, die wir aus der Vielzahl der vielen freundlicherweise eingesandten Grußworte ausgewählt haben, um nicht den ganzen Nachmittag nur mit Grußworten zu verbringen. Denn da würde sicherlich auch die Abwechslung der Veranstaltung darunter leiden. Wir haben sämtliche 18 eingesandten Grußworte in unserem neuen Jubiläumsbuch, was ich hiermit gerne vorstellen möchte, abgedruckt, damit Sie das in Ruhe nachlesen können. Das Buch hat den Titel bekommen von Allendorf nach Fabergisse, eine Zeitreise des Glatzer-Gewirksvereins. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Christian Röscher, sehr geehrte Lötenträger, die Gnäste von Frau und Herr, sehr geehrte Frau und Herr, die alle Musiker, ganz besonders gern, herzlichen Glückwunsch. Ja, ein ganz herzlichen Gruß und Glückwunsch, den bieten allen Mitgliedern des Glatzer-Gewirksvereins, herzlichen Glückwunsch zum Dio Dio Dio, wo dann für uns 20 Tage EGV, die Katholik. Seit vielen Jahren, ja, Herzlich, steht die Gnäste in der EGV. Ich bin erst seit lediglich fünf Jahren mit Gnäste und es kam an einem Sonntag, Sonntag, Sonntagabend des Jahres 2021. Und dann kam es, Wolf, schreibst du uns was? Ich sag, wer ist uns und was ist was? Ja, uns, das war der EGV und was, das war der Feststück zur 50-jährigen Wiederwirkung. Okay, ich sag, Hans, ich bin einer von dir, kommt's doch wie? Ja, du schreibst uns uns doch. Ja, der hat ja gemacht, um uns mehr reden aneinanderlagen. Ich habe mich dadurch gelegt, weil es hat nicht geschickt, die Zeitrechte umfoben und das war ein Titel zu erheben. Ich habe ja was gelegt, die Glatzer-Gose. Sie hätte doch so wunderschrien, wenn die Bliebler und die Wege bliehen, wenn die Wächter-Springer über Fels und Steh'n, wenn noch Fies und Trä'n, Jure, Kuss und Trä'n. Wenn es glänzt, denn Erfner lacht ein Sonderplatz, wenn's so länger lacht und spiel und kranz. Jure, Rätts und Trä'n, der ist ein Stiebler aus, und ich steh'n, der zieh'n noch sehr vernaus. Jure, Rätts und Trä'n, der ist ein Stiebler aus, und ich steh'n. Auch weil, ich forsch'n vor die Ganne, frie'n die Kosa nein. Und dann, du isst du gewähnlich, schien im Gedreht erwähnt. Das geht der erste Ärger, Grund, das erste Mal zu plänen. Er Schuhwendler heißt sicher beim Oziehen, ach, er zweit. Die Hände knepplern, plotzern, wenn ich mich übers Inn drehe. Und Kaffee, dofer Friedmann, entschnellt die Zunge sich. Er Lutsch geht um die Hose, doch ach, noch sicherlich. Der Briefträger bringt heute eine Rechnung oder was. Der vier weist an der Hund ab, weil er bedroht auf was. Wie ich nun tagslang täglich beachtet, der vier will, schlo ich zwei Teppel runter. Der Briefträger gehinkt aufs linke Bein. Na, da ist fatt. Ich giss' mir jetzt schnell ein Wuppig-Ei. Das ist, das ist, das ist ja Essig, verbruchte Schweinerei. Nun, willst denn richtig heute vorne mehr Oben fahren? Es kostet sonst noch Holz und Rohr ab. Lacht nicht, ihr wats' wohl sahen. Ein Schnurrstiebler für Hummer, oller Enz ja flog. Natürlich ein Wämmbete, so ist da heut putzt Fotzelburg. Und Tama tut ihm sicher, ma frisst er schiete Stroh. Hurra, schloß nie ins Zwölfe, der Fetzende ist do. Lacht, Juska und Lacht, Julian, zehn Bauern aus der Schiene. Sie guckt, dass ich die Sonne an bin, wenn da Trunk war, Biene. Sie wusste nicht, weil es kostet das Ding, bei der Trunk war, der Trunk war, der Trunk war. Und wenn sie schien, ob was ein Tag, und schien, den Weg, was bin's klar, die Oberkasse, Kummerbahn, das macht der Engel spinster. Sie lucht an ihn, sie lucht an Haar und was sind doch, da kam der Quad. Sie lucht an ihn, sie lucht an Haar und was sind doch, da kam der Quad. Musik 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 Applaus 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 Wir gratulieren euch recht herzlich und wünschen dir bei deiner Vorstandsarbeit, nicht nur ihr, sondern im gesamten Vorstand, noch viel Kraft und viel Freude an der Arbeit. Lieber Christian, ich mache es kurz. Ich habe den kleinen Obilus, haben wir dir mitgebracht, wir haben es sehr gerne getan. Wir wünschen euch noch viele schöne Stunden. Und beim zweiten Durchgang haben wir wieder ein Lied, wieder Mundart Lieder. Ich glaube, das wird euch wieder gefallen. Viel Spaß. Applaus Mit so einem herausragenden Festvortrag zu bereichern. Ich denke, ich habe eben eine schwierige Aufgabe geliefert, als ich so blauäugig das Thema des Vortrages wählte, um doch aber auch die Möglichkeit zu ergreifen, einen Bogen zu schlagen zwischen Glatz und Braunschweig, um unserem Doppeljubiläum, wie es schon bezeichnet worden ist, entsprechend Würdigung zu tragen. Ich freue mich ganz herzlich, wie gesagt, auf den Vortrag und übergebe das Wort an Herrn Professor Herzig. Applaus Applaus Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für diese ehrenvolle Einladung, den Festvortrag heute hier halten zu dürfen. Herr Nunzius, Herr Großdechant, Frau Bürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Grafschafter, Landsleute. Dieses, wie gerade schon gesagt, am heutigen Jubiläumsfest des Glatzer Gebirgsvereins in Braunschweig naheliegende Thema, die Geschichte der Grafschafter Platz und ihre Verbindung zum Herzogtum Braunschweig, dieses Thema bereitet dem Referenten allerdings einige Schwierigkeiten, denn auf den ersten Blick gibt es kaum Verbindung zwischen diesen beiden circa 600 Kilometer auseinanderliegenden Territorien. Das Glatzer Land, das seit seiner ersten Erwähnung 981 im Herrschaftsbereich der böhmischen Krone immer eine eigene Rolle gespielt hatte, wurde 1459 von dem böhmischen König Georg Podiebrat in Übereinstimmung mit dem damaligen Kaiser Friedrich III. zur Grafschaft erhoben und die Söhne Podiebrats wurden zu wahren Reichsgrafen ernannt. Weiter verkauften die Podiebrats 1498 die Grafschaft, um die schlesischen Herzogtümer Münsterberg und Ölz zu erwerben und wir haben es heute schon gehört, der letzte Herzog hier aus Braunschweig war auch vorher auch in Ölz und es ist ein indirekter Nachkomme, wenn man so will, von den Podiebrats. Die nun folgenden Pfandherren, das waren die Grafen von Hardeck, die böhmische-märische Magnatenfamilie Pernstein sowie seit 1548 der ehemalige Fürst Ernst Bischof von Salzburg, Ernst von Bayern, der sein Fürstbistum aufgeben musste, da er sich nicht die geistlichen Weihen verteilen lassen wollte. Als er 1560 starb, wurden die Grafschafter Stände aktiv, zahlten an Bayern, zu denen damals die Grafschaft Glanz gehörte, die Pfandzungen und verpflichteten die Habsburger, die seit 1526 als böhmische Könige Oberherren der Grafschaft waren, diese nicht wieder zu verpfänden. Die Habsburger hielten sich daran. Sie waren nun als Könige von Böhmen, die direkten Landesherren der Grafschaft, bis 1618 die Glanzer Stände zusammen mit den böhmischen und den schlesischen Ständen, zusammen mit den pfälzischen, kontestantischen Urfürsten Friedrich zum König von Böhmen wählten, was bekanntlich den Dreißigjährigen Krieg auslöst. Das war von Braunschweig und Aproposien für mich zusammen. Die Braunschweiger, Herzöge, verfolgen keine absolutistische Herrschaft, denn die Lanzer Stände, die säkularisierten, die ehemaligen Klöster und Stifte, die Artigen, wie die Vertreter der Städte. Die Stadt Braunschweig hat sich eine unabhängige Stellung gegeben, der gereicht. Auch über ihre Konfession kamen die Städte selbst an ihren ersten 1568. Das Herzöge von Braunschweig war damals für letzte Territorialstaat, noch nicht das Mahlzeit, waren gleichzeitig die Oberräumter der Kirche in ihrem Territorium. Sie bestimmten die Konfession ihrer Untertanen nach dem Rechtsaß. Kugius Regio EU. Ich danke Ihnen eigentlich, wollte ich heute als Geschenk schon die vorhin von Herrn Vizebürgermeister angekündigte Geschichte des Glaser Landes, die ich mit der Pressbauer-Historikerin Maugaschata Gugnemitz verfasst habe, um die 600 Seiten umfasst und die in einer polnischen und in einer deutschen Ausgabe erscheint. Hier heute mitbringen, leider ist es mir nicht gelungen, aber in 14 Tagen werden wir Sie in Glaser vorstellen. Es liegt draußen, neulich gesprochen, an den Meier, da können Sie dann die Informationen beziehen und können auch die Daten bestellen. Danke. Das ist Musikbeitrag, das ist Ding und Spielkreis. Es ist leider etwas chaotisch geworden, weil es viel mehr Besucher gibt. Ja, nur als wir, aber... Wenn ich ein Glöcklein wär, schön wollte ich läuten, das sollte ringsum her allen bedeuten. Das ist ein Glöcklein wär, schön wollte ich läuten, das sollte ringsum her allen bedeuten. Das ist ein Glöcklein wär, schön wollte ich läuten, das ist ein Glöcklein wär, schön wollte ich läuten. Das ist ein Glöcklein wär, schön wollte ich läuten, das sollte ich läuten, das sollte ich läuten, das sollte ich läuten. Amen. Adem Maria, Adem Maria, Adem Maria. Sie grüßen und er wünscht hier einen sehr guten Verlauf. Und wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank für euren Auftritt. Bitte um Ruhe und Geduld. Das auch im Sinne der Verehrenden, die das verdient haben, das Instrument auch nochmal verfahren, und das doch in einer gewissen Würdigung verfolgen kann. Liebe Heimalfreunde und sehr geehrte Ehrengäste, ich begrüße Sie jetzt hier auch nochmal von meiner Seite aus. Persönlich möchte ich dem Late-Gebüse-Vereinigung meine herzlichen Glückwünsche überbringen für das 125-jährige Jubiläum. 125 Jahre ist eine lange Zeit, die uns eigentlich erst bewusst wäre, wenn man sich mit der Historie dieser Zeit befasst und auch mit der Historie, die zuvor war, dass wir uns eben in dem Festival auch gehört haben. Eine lange Zeit und auch eine schwierige Zeit, auch für die Gebürze- und Heimartvereine in Deutschland. Das Verband ist nämlich das Wurm und weise auch immer darauf hin, dass normalerweise diese Auszeiten in der Regel mehr der deutschen Wandertage abholen. Aber ich glaube, eine 125-jährige Jubiläum ist anders genug, um auch diese Auszeiten hier vorzunehmen. Und ich darf auch in dem Sinne auch noch sagen, freue mich dann auch besonders auf den Besuch aus Polen, in Herrn Kraschalski, die Stadt Graz. Denn auch dieser Verband mit der Mitgliedschaft des Grazer Verbirkenvereins ist ja nicht nur auf der deutschen Ebene, auf der nationalen Ebene tätig. Dieser Verband ist aber eingebunden in die Europäische Wandervereinigung. Und so möchte ich Ihnen, wenn ich jetzt auch die Grüße von dem Präsidenten des deutschen Verbandes, von Karl Schneider Hausrichter, in Rauti-Külbünsche, möchte ich Ihnen auch die Grüße ausdrücken von Jan Vellga aus Prag, der Präsident der Europäische Wandertagevereinigung ist, von dem ich vor einigen Tagen noch gesprochen habe. Und der wohlweist auch die Bedeutung dieser Vereine, denn auch die tschechischen und röllischen Vereine haben eine lange Tradition. Die Wanderfreundinnen und Heimatfreunde, der Verband Deutschen Gebirgs- und Wandervereine verleiht Frau Edentraut-Külbünsche, die goldene Ehrenlage für besondere Verdienste und die deutsche Wandersache. Kasselung, 13. Mai 2006, tauschen Eier für den Hauptverstand des Präsidenten. Der Werder, Frau Edentg-Urner, darf ich jetzt die Daten überreichen? Es ist unschicklich als Mann, einer Dame an die Brose zu gehen, weil ich möchte Sie nicht die Daten in dieser Form entlegen. Ich möchte mich herzlich aber bedanken für die Arbeit für den Verein und damit auch für den Verband, für das hier gewohnt zu hören, wie sie Deutschland sein kann. Alles Gute, bleibt Sie gesund und wir bitten darum, weiterzuarbeiten. Horst Sauer, der Verband Deutscher Gebirgs- und Wanderverhandel, verleiht Herrn Horst Sauer die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste um die Deutsche Wandersache. Kassel, auch am 13.05. Karl Schneider, für den Hauptverstand als Präsident. Herr Sauer, ein herzliches Dankeschön für diese Arbeit, die wir für den Glaser Gebirgsverein und auch für den Verband Deutscher Gebirgsverbanderverein getan haben. Und ich muss hier auch erwähnen, er ist auch tätig bei der Betreuung des Europäischen Fernverbanderreges Nummer 6, das auch der Glaser Gebirgsverein Heimat gefunden hat, auch bei dieser europäischen Aufgabe mitzuwirken. Dieser europäische Fernverbanderrege, der kommt von Schweden und geht bis an die Adria. Herzlichen Dank auch für Ihre Arbeit, die Sie hiermit geleistet haben. Die Glaser kommen zuerst. Vielen Dank. 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 Glaser Gebirgsverein. und Bund der Bund der Bund der Vertriebenen. anzulocken hier nach Braunschweig. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das getan haben und möchte den Luzius ganz herzlich willkommen heißen in Braunschweig. Luzius ist nicht alleine gekommen aus Berlin, aus der Luziatur, sondern hat Pfarrer Ake mitgebracht. Und ich bin sehr dankbar, den möchte ich hiermit bin, dass ich das, dass wir das, das ist eine starb, das ist ein bisschen, das ist der Visitator für die Grabschaft Glatz, der Großdechant Prelatium. Und ich möchte auch Sie ganz herzlich hier begrüßen und freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern. Hochverehrter Herr Apostolischer Noncius, Erzbischof Dr. Enner. Lieber Großdechant der Grafschaft Glatz, Prelat Jung. Sehr verehrter Herr Prof. Liebe Landsleute aus der Grafschaft Glatz und den angrenzenden Gebieten, liebe Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten und uns Verbundene, sehr verehrte Gäste aus nah und fern, liebe Gemeinde. Die heutige Messe feiern wir als Pontifikalamt im Rahmen des traditionellen ostdeutschen Gottesdienstes am Sonnabend vor dem Muttertag. Heute, wie Herr Probst-Heine es schon sagte, gleichzeitig auch als Festgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen des Glatzer Gebirgsvereins, der 1881 in der schlesischen Kreisstadt Glatz gegründet wurde und schon seit 1951 wieder in Braunschweig besteht. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute einen so bedeutenden Heimatpriester bei uns haben dürfen, mit dem wir schon einen abwechslungsreichen Festtag verbracht haben. Zu dem morgigen Muttertag wünsche ich heute schon allen Müttern alles Gute. Mein ganz besonderer Dank gilt auch heute allen Müttern, die im Krieg, auf der Vertreibung und beim Neuanfang sowohl hier in Westdeutschland als auch in Mitteldeutschland unvorstellbare Leistungen vollbracht haben und außergewöhnliche Kräfte bewiesen haben, während die Väter in den Weltwehren unterwegs waren. Der Tradition folgend gedenken wir auch heute wieder einigen unserer vielen Heimatkirchen. Als erstes rufe ich die Taufkirchen unserer beiden Heimatpriester auf. Für den hochwürdigen Herrn Apostolischen Nunzius Erzbischof Dr. Ender die spätgotische Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Kieslingswalde, Kreis Habelschwert. Sie stammt von 1480 und wurde 1794 im Barockstil vergrößert. Der Kirchturm ist aus dem Jahre 1674. Sie birgt eine Pieta von 1515. Der Taufstein ist von 1588 und die frühbarocke Kanzel ist 1679 gefertigt. Der barocke Hochaltar zeigt die Madonna im Strahlenkranz, darüber die heilige Dreifaltigkeit. Als nächstes für den Visitator der Grafschaft Glatz, Herrn Grusdichand Prelat Jung, die große zweitürmige Kirche Maria Himmelfahrt in Neuendorf, Kreis Habelschwert. Die Kirche überragte das 1358 erwähnte Dorf. Graf Althang und der damalige König Krenzer Bischof heuten hier vermutlich in Einlösung eines Gelübtes anstelle zweier Vorgängerbauten eine Kloster- und Wallfahrtskirche errichten. Doch wurde nach dem Tode des Bischofes dieses Vorhaben nicht weiter verfolgt. Als nächstes folgen zwei Kirchen, die wir Glatza mit einer Delegation in der nächsten Woche in der Grafschef Glatz zu unserer Jubiläumsfeier besuchen werden. In der spätgotischen Pfarr- und Dekanatskirche Maria Himmelfahrt in Glatz mit der Glatza Madonna und dem Grab des Prager Erzbischofes Ernestus von Pardubitz feiern wir am nächsten Sonnabend den Festgottesdienst anlässlich unserer Jubiläumsfeiern im nächsten Wochenende in der Grafschaft Glatz, bei der wir unter anderem eine zweisprachige Gedenktafel für den Glatzer Gebirgsverein in Glatz enthüllen werden. Als letztes die renovierte Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Bad Altheide im Kreis Glatz, die 1910 im Neubarockenstil erbaut wurde. Sie wird am nächsten Sonntag feierlich wieder eingeweiht. Die Weihe der drei neuen Kirchenglocken, von denen eine Glocke auch eine deutsche Inschrift trägt, wird durch den Schweidnitzer Bischof Dez vorgenommen. Vom Bund der Vertriebenen spricht jetzt Herr Schiller einige Worte zu Ihnen. Der Bund der Vertriebenen, Kreisverband Braunschweig und die angeschlossenen Landsmannschaften heißen Sie, liebe Heimatfreunde und natürlich auch Neubraunschweiger und Braunschweiger, heute zu diesem Gottesdienst am Vortag des Buttertages sehr herzlich willkommen. Liebe priesterlichen Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, für die Einladung heute zum 125-jährigen Ründungsjubiläum des Glatz- und Birksvereins hier im Liebfrauenmünster St. Degedien in Braunschweig, der Stadt, in der er vor 55 Jahren wieder neu gegründet worden ist, ein feierliches Pontifikalamt zu feiern, sage ich dem ersten Vorsitzenden Herrn Drescher meinen aufrichtigen Dank und erneuere die Glückwünsche, die ich heute Nachmittag beim Festaktion ausgesprochen habe. Ebenso danke ich Herrn Probst Heine, der sich als Pfarrer dieser Gemeinde der Einladung angeschlossen hat, mich gerade so freundlich begrüßt hat. Ein besonderer Gruß gilt Herrn Großdeckern-Junk, mit dem ich auch durch meine zweite Heimat im Münsterland verbunden bin. Zusammen mit ihm grüße ich die Glatz- und Landsleute und alle Heimatvertriebenen, die zu diesem festlichen Gottesdienst gekommen sind und auch die Gläubigen der hiesigen Pfarrgemeinden. Bei jedem Jubiläum, sei es im Leben des Einzelnen, sei es in der Geschichte einer Gemeinschaft eines Vereins, geht es zunächst und wesentlich um einen dankbaren und zugleich kritischen Rückblick. Dank für alles erfolgreich Getane und Erreichte, Besinnung und Gewissenerforschung für alle Fehler und Misserfolge. Wir schauen heute zurück auf 125 Jahre Glazer Gebirgsverein und die Neugründung vor 55 Jahren hier in Braunschweig. Schenke allen, seinen verstorbenen und lebenden Mitgliedern und Angehörigen, deinen ewigen Frieden. Christus höre uns. Christus erhöre uns. Wir danken für die gute Zusammenarbeit mit den befreundeten Vereinen, Verbänden und anderen Landsmannschaften. Stärke die Mitglieder und Freunde in ihrem Einsatz für die gemeinsamen Ziele. Christus höre uns. Christus erhöre uns. Wir trauern auch 60 Jahre nach der Vertreibung um unsere Heimat. Wir sind an dieser Trauer zerbrochen oder gebrochen. Gibt den Heimatvertriebenen die Kraft, mit ihrem Schicksal nicht ständig zu hadern. Christus höre uns. Christus erhöre uns. Wir waren und sind Brückenbauer zum polnischen und zum tschechischen Volk. Und sind bereit zur Verständigung und Versöhnung. Gibt allen, die sich damit schwer tun, die Kraft, Wege des Friedens zu gehen. Christus erhöre uns. Christus erhöre uns. Christus erhöre uns. Dachte wiederum, weil er in seine Jünger wünscht macht. Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Geld des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Berichtnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020